Oh nein! Oh nein! Alter, ist das... Ah, ich hasse es. Ich poliere nur den Rubi. Und jetzt ziehe ich diese Pumpe an. Ach, scheiße. Soll ich... Alter, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ich kann hier Lichter fixen. Hier ist keiner. Oh, fuck, Alter. Hi, Tangle. Tangle92. Alter, jetzt wollte ich gerade den Killmorden drücken. Sorry. Aber jetzt muss sie jetzt sein. Tangle92 sind leider 10 Leute. Sorry. Aber vielleicht das nächste Mal. Oh, Kamera kaputt. Kamera kaputt gemacht. Oh. Oh. Dominici. Oh Mann. Wo lag der jetzt? Der Karo liegt am Präsor. Ach, beim Präsor. Hm. Liegt da. Der Arme. Beim Präsor... Der ist tot. Also ne, Gier. Ist tot. Ja. Den habe ich beim Download unter den Toiletten gesehen. Das ist ein bisschen her. Ich bin dann weiter nach unten, habe an Lifeline geguckt. Da war noch niemand tot. Ich verstehe den auch da. Ja. Der ist auch an Lifeline gelaufen. Und dann... Ja, also ich weiß nicht, wie lange das her ist. Vielleicht eine halbe Minute. Aber der ist noch nicht so krass lange tot. Okay. Ja, also ich war jetzt bei... Wann war ich denn? Bei Jerry und... Wer war denn da noch? Shido? Ne. Aber auf jeden Fall war ich bei Jerry bei den Monitoren. Security. Rix? Ja. Bist du Imposter? Wieso direkt fragt? Ja. Hätte ja sein können, dass er auszusehen... Ja. Ob ein Ja sagen würde. Naja, er lebt noch. Wahrscheinlich, dass es keiner gesehen hat, außer Jerry. Ja. Also bei Jerry bin ich mir irgendwie zu 100% sicher. dass er Crewmate ist. Ich habe Pricks auch noch gesehen am Anfang, wo wir die Kabel gemacht haben. Ja. Und danach warst du im Cockpit und ich war im Admin Panel. Nee, danach warst du mal Küche und hab den Müll. Du warst auf jeden... Ja, das habe ich auch gesehen. Auf jeden Fall warst du im Cockpit und da habe ich die auch gesehen. Und dann waren die drei Leute kurzzeitig am Viewing Deck unten links. Hm. Auf einmal waren fünf Leute in Electrical gleichzeitig. Ja, da war ich auch dabei. Ja. Da war tausend. Tricks und ich sind es schonmal nicht. Wäre für den Kill auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, so wie du die Aufgaben gemacht hast, bin ich mir 100% sicher, dass du allgemein kein Impostor bist. Das heißt, du wirst gleich sterben, Jerry, oder ich? Ich freue mich mit dem Gedanken an. So weiß ich auch. Ja, oder ihr zwei seid die Impostors und deckt euch. Abschied habe ich schon mal. Deshalb lebt ihr noch. Nee, nee. Jerry war die ganze Zeit links. Jerry war die ganze Zeit links. Der war nie auf der rechten Seite. Okay. Ah. Also skippen. Ach ja. Wieso hat Cheeto jetzt ein? Keine Worte. Alter. Der Arme kann doch nichts dafür. Das von mir hat er den nicht. Abtriebsraum. Oha. Alter. Hier kommen wir. Doppelmord. Einer von hinten, einer von vorne. Zack, zack, zack. Da ist Jenny. Da ist Gingabe. Da ist Gingabe. Da ist Gingabe. Oh, Alter Leute. Da hat er oft diese Tür zu zu machen. Das ist die beschissenste Kacke. Und dann geht's jetzt mit dem... Ausatmen, zu versuchen. Und diese Türen sind immer zu... doch so viel. Scheiße. Oh, Alter, ich hasse das. So. Oh nein. Dein Begleiter ist tot. Nick liegt bei dieser Plattform, wo man auf der einen Seite den Code sich anguckt und der liegt auf der, wo man den eingeben muss, also neben Showers. War einer in der Nähe von Suki? Mal eine kurze Frage bitte. Ja, ich war in der Nähe von Suki. Ja, ich war auch in der Nähe von Suki. Ich habe ihn kurz getroffen. Weil ich stehe an Lifeline, der Kill ist nicht mal eine Sekunde alt. Da hat Suki auf jeden Fall ein Problem, dass er ihn erst mal erklären muss. Suki, Suki, Suki. Der Täter ist über die andere Plattform gesprungen. Ja, ja, ja. Und weggelaufen. Mach die Suki oder was macht ihr? Ja, keine Ahnung. Suki, du musst ihm so viel Angst gemacht haben, dass er einfach ein Kill und ein Selfie-Bord macht, weil du in der Nähe warst. Ich kann aber auch, wenn du es dir schon sagst. Ich wollte Jerry nur nicht töten, weil er neu dazugekommen ist. Naja, was? Kein Anfänger hier. Also bitte. Ja. Keine Gnadezeichen. Einfach töten. Ja. Also Jerry und ich sind's nicht. Bleiben noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie ihr euch zwei immer deckt, als wärt ihr beide wirklich die Impostor. Hä? Suki hat doch gar nicht zugegeben, dass er einer ist. Ja, er wollte sich rächen, weil du ihn die ganze Zeit tötest. In der ersten Runde. Fuck, Alter. Jetzt ist alles alleine. Oh, fuck it. Alter. Okay, ich muss, ich muss jetzt logisch rangehen. Virus haben muss. das ist die Genie auch. Ah, das ist der Rumpf. Scheiße, ich muss Shan und Prix töten, weil die labern zu viel. Wo? Ähm, im Security liegt jemand. Der kann die Genie ausschließen. Da bleiben... Warte mal, warte mal. Ähm, Vio kam auf jeden Fall aus... Naja, ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall kam sie da rausgelaufen. Ja. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob es Vio wirklich ist. Also ich glaube schon, dass sie es nicht war, weil sie ist ja kurz reingelaufen. Da kam sie aber auch wieder reingelaufen, aber das ist so weit und fängt, dass diese paar Sekunden sich's wahrscheinlich nicht geschafft. Ja. Also es bleiben sowieso nur noch Shido, Vio und Wolfin. Ja, bei Genie. Ich bin oben bei Mädchen. Ich habe eine Taskrate gemacht. Kann das jeder, kann das jemand bestätigen? Nö, weil keiner bei mir war. Du warst kurz bei denen mit den Büchern in der Ecke. Ja, mit Genie, genau. 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 Das ist auch Pricks. Wer ist denn mit dir weiter runtergelaufen? Es ist völlig klar. Das macht keinen Sinn, er hat doch Suki rausgew глаза. Außer er hat wirklich Nasen lassen, weil Suki den 2,3 Mal abgeschlachtet hat. Na, warte können wir jetzt literlich 80 Sekunden noch mal nutzen? Wer ist gerade für continuer nach unten gelaufen? Zu der Leiche, weil du bist ja weiter nach oben gelaufen. Scheiße, so gute Frage. Ich konnte es mir leider eben nicht mehr, ich habe es vergessen. Nein, nein, die ist recht, die ist recht, die ist recht gewesen. War das Schilde, oder? Ja, Wolfinia, möglicherweise. Also Manu, bitte. Das hättest mir merken sollen, ich wusste, dass ich euch verfolgen musste. Manu, Manu und Vio, wo seid ihr jetzt? Ich bin's grad bei den Showers wieder. Ich bin beim Dings fast beim Lagerraum. Hä? Und wo bist du langgelaufen? Ja, Elektrikel. Und was heißt fast am Lagerraum? Ja, direkt fast an der Tür dran. Okay, dann bist du es, weil ich bin von der anderen Seite gekommen und wir haben uns nicht gecrossed. Ich bin grad an Lifeline und hab gesehen, dass Gabe tot ist. Also bitte alle auf weiß, dankeschön. Hä, warum? Wenn es nicht weiß ist, ist es lila. Aber hier ist es schwarz. Nein, 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 ich bin von rechts gekommen, ich bin von rechts gekommen, ich war mit Genie bei den Akten und Shino. Ich kann das doch gar nicht sein, Leute, das ist unmöglich. Wo guckt ihr das eigentlich immer mit den Lifelines? Ich kapier das nicht. Direkt unten in Medical. Wir hätten uns gecrossed, wenn du da langgelaufen wärst. Jetzt würden wir beiden treffen in Medical und die Lifelines auf dieser Map. Juhu. 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 Jetzt, meinst... Ich bin dann schon wo,st Du dass da jemand mit Rom langgelaufen ist und derjenige hat den dicke ole gemacht. Da nickt einfach nicht mehr töten. Das geht nicht. Juhu. Immer bei den Lifelines. Oh schrecklich. Juhu. Juhu. ok was für ein schrott alter diese lifeline grün rot grün rot oh ernsthaft alter nein vio ok vio ist so ja entweder ich habe die leiche einfach fast übersehen die weiße leiche wie das ehepaar einfach ermordet wurde die weiße leiche auf der treppe bei cargo bay auf der treppe zu dieser aufgabe und jan hast du die nicht gesehen bei der treppe zu der aufgabe wo du diesen code das erste mal sie ist ich habe die gefixen rechts zum tresor ok kann ich bin nur einmal kurz das fragen wenn ihr recht war da ist jemand gerade durch kitchen gelaufen kitchen armory briggs du warst bei mir die ganze zeit ja dann wollte ich dich nämlich fragen warum es dir scheißegal dass das licht aus ist weil ich die karte nicht kenne das ist das schatze pfeil verfickte problem da sind ja leuchtende pfeile mir ist das aber auch immer egal ähm vio ich wollte auch nur fragen vio wo bist du hingelaufen nach dem anfang ich bin erstmal zum tresor gelaufen und dann bin ich runter richtung medical ok ähm ist vio bei euch auch grau mhm ist vio bei euch auch grau ne vio ist bei mir weit ok also weil vio ist doch violett oder nicht ja ich würde sagen ich meine es auch also die sache ist ich bin zusammen mit mit manu und vio gespawnt und wenn vio tresor gemacht hat und danach runtergelaufen ist wäre sie ja theoretisch an der leiche vorbeigelaufen und die runde war noch nicht so lang also würde ich sie jetzt mal verdächtigen dafür ok ähm hat einer dann anhaltspunkte zu grün also zu genie ich hab sie nie gesehen ok weil ich hab auch nur schildo in der runde gesehen wo wart ihr ähm armory und kitchen wo waren denn die anderen ich hab links licht gefixt dann tot waren die anderen mause tot wart ihr anderen noch ich bin gerade bei electrical mhm fanden wir in einem meeting rum ok ich bin mit dem kockpit 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 also nur fast auf vio ja ich kippe mal ja von also würde ich sagen ja ja skippen ist natürlich richtig aber vio maybe wie ich hab ein auge auf niji das ist gut ja aber das hat ja andere gründe das sollte immer jemand ja andere gründe genau andere gründe haaa schmeißt sich da schon wer gleich ok grün ist tot oder ja hellgrün ist tot ja hellgrün ist tot und weiß ist tot ok ok dann da war bei mir ich hab ein bug also äh bei mir war weh ausgebaut und er hat ihn noch gut weiß oh oh ja gut mit waffen umschmiert man nicht deshalb kommen sie jetzt wenn der shit gar nicht in den weg stehen würde dann ist egal tschubi 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 t Nein, nicht die Aktenaufgabe. Rein da, rein da, schau. Schieb's rein, schieb's rein, schieb's rein. Und jetzt, zack. Ja, auf alle erlebt. Hallol? Hä? Was denn jetzt? Achso, ich kann nicht machen wegen dem Ding. Ich fokke jetzt an, das ist volle. Wie hab ich das irgendwie geglitcht? Wenn ich nur zwei Akten reingestoppt hab und fertig. Ich fokke jetzt. Oha, oha. Die Leiche liegt vorne beim Cockpit. Oh, Tsuki ist auch tot. Also Chan ist 56 Sekunden tot und Tsuki irgendwann danach. Hm. Wo bist du denn, Neji? Ich bin gerade willkommen. Gengario müsste mich da gesehen haben. Ja, hab ich gesehen. Beide sind in der Nähe vom Cockpit auf jeden Fall. Naja, haben wir. Was für ein Ding? Der Decken ist ja auch gegenwärtig. Wir müssen jetzt auf jeden Fall berufen. Also weil die beide so nah dran sind, könnte, würde ich erstmal sagen Gengario. Warte, warte, warte. Es gibt doch keinen anderen Punkt. Du hast diesen beiden in der Nähe, also. Ja. Ja, aber das reicht ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich bin vom Diamanten aus nach unten gelaufen und nach Koms. Ja, warum bist du gelaufen, Deji? Ich kam aus der Richtung von Gengario und müsste von rechts gewesen sein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, wenn ich meine Links-Rechts-Schwäche im Kopf habe. Gut. Kann man verstehen bei der großen Netz. Naja, ich komm dann auch immer durcheinander mit. So wie ich also. Ja, wir haben jetzt noch 80 Sekunden. Irgendwas Sinnvolles rauszubekommen. Jerry, was hast du so gemacht? Ich war gerade beim Safe-Up Cargo bei... Echt? Ja. Wie lange bist du da? Ja, jetzt die ganze Runde, weil ich nicht verstehe wirklich, wie das funktioniert. Okay. Weil ich bin da durchgelaufen, hab ich dich nicht gesehen. Aber wenn du in der Ecke warst, kann es gut sein. Da hab ich jetzt nicht geguckt. Ich war beim Safe-Up Cargo. Ja, ja. Ja, ja. Ich kann es dir auch nicht bestätigen. Ich hab Wäsche eingeräumt. Hm. Das wüsste Shido sonst eigentlich nicht, dass es die Aufgabe gibt. Hm? Ja, ja. Ich glaub, du bist es nicht. Also für mich nicht. Also ich hab Wäsche gemacht, um das Elektriketter rum. Ja, ja. Ich hab auch gerade gesagt, für mich bist du es nicht. Ähm. Ja, gleich. Wie gesagt, für die erste Runde. Er gibt aber, ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn ergibt, dass sie jetzt reportet. Musste sie reporten? Hat sie einer gesehen irgendwie oder sonst irgendwas? Nee. Nee. So. Und Nijin? Ja, ja. Aber wen davon? Das ist 50-50. Ich geh jetzt für Wäu. Das ist mir noch am wahrscheinlichsten. Aber... Ich kann Wäu halt nicht voten. Ich kann Genie voten. Ja, hab ich. Warum wir beide, Brix, ne? Ja, ich glaub, wir sind eh verloren. Aber was willst du machen? Man hat halt keine Anhaltspunkte. Ich seh halt keines. Aber... Nee, beide sind die nächsten, die sterben. Ja, ist egal. Das ist jetzt eh oberen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und er guckt immer. Immer dieses geschockte Alter. Das ist ja voll. Grün, rot, grün, rot. Grün, rot. Grün, rot. Grün, rot. Und Fett. Die ist viel zu oft drin. Die nervt richtig, das Kabelkack. Die mag ich gar nicht. Die Aufgabe ist kacki. Die, 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 die. So, es war auf jeden Fall nicht der Play von deinem Postlein jetzt gerade Licht auszumachen. Okay. Ich auch noch mal was zu sagen. Ja. Der Schiir hat mich die ganze Zeit verfolgt. Ich bin von ihm abgehauen und er verfolgt. Das macht Schiir, das Team ist ja gar nicht. Ich habe den Text auch verfolgt. Ich wollte gucken, was da bei mir so die ganze Zeit. Du bist es weil du hast auch auf den Cooldown gewartet Ich bin von dir weggelaufen und hätte dich getötet Wärst du nicht, weil ich es ja nicht bin Weil es definitiv Neji ist Aha, ich war auch die Runde nicht so oft verdächtig Ja, nee, ist klar Wir haben halt nichts Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, ob wir jetzt noch einen flippen wollen Also auf jeden Fall war es nie der Play Also von dem Imposter gerade das Licht auszumachen Aber das bringt gar nichts zu früh Und Briggsfamilie würde mich schützen, weil ich ihm auch oft genug hinterherlauft Wenn ich ihn erwischt hätte Ich würde auf Chido gehen Auf Chido? Weil Chido macht das mega gerne zum Boss Einfach Leute folgen oder ein Köln Ich verfolge nicht und töte dann Ich renne rum und töte den Weg Nick, 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 Nick Bei denen davor Du warst mit Neji bei Com Wo habt ihr euch getroffen? In der Engine Und er kam von wo? Du kamst ja von oben Von Fold Ja Oder wie auch immer das heißt Ich meine, der kam Ich meine, der kam von Mainhole Das komische ist, bevor ich Chido gesehen habe Ich bin noch weiter gerade ausgelaufen Und dann habe ich mich erst gesehen Und habe ich da weitergefallen Und bin ich wieder zurückgelaufen Ich bin schon heute, was du da machst Gut, jetzt haben die eben Poster gewonnen Baby, Repo, äh, Repo, äh, Poster Er wollte sich halt auch selbst Ich bin aus dem Beiß geflogen, Ull Und tschüss W, 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 ihr beiden gut gemacht, DG Doch, nicht So Wir waren ja hier dabei Eine Aufgabe zu machen Ich weiß aber nicht mehr welche Gengario Oh, komm jetzt, Alter Da war doch drauf Jetzt geht doch, Alter Diese Bilder, diese Bilderaufgaben Ja, Piss rein, Piss rein Fertig gepisst Und fertig Also ich habe keine Aufgabe mehr Unfall passiert in 55 Sekunden Wir werden sterben Jetzt passiert welche Unfall Jetzt passiert welche Unfall Oha Er hat ihn noch gefunden Alter, fix doch mal den Code, Mann Ich bin der beschissene Weg dahin nicht Wo ist der beschissene Weg? Alter Ja, ich bin der beschissene Weg Ich bin der beschissene Weg Ich würde präsentieren Du bist der Schwiss, ne? Ne, ne Ne, ne Ich bin der beschissene Weg Oh, verdammt Und BIO war die zweite, oder? BIO war die zweite, oder? Aber bei Shibu habe ich mich Bei Shibu habe ich mich aber auch gefragt Der ist mir auch am Anfang wie so ein Aggressiver hinterher Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020